So, was haben wir jetzt hier? Ein Aurora 100, klein aber fein. Okay, den zeigen wir gleich. Liegt nur auf 2S. Auf 2S, okay. Aber merkt man nicht. Oh. Der sieht nicht nur klein aus, der ist es auch. Also, Stopp. Hör mal, der geht ja ab wie ein Moskito. Das ist ja mal voll krass. Das ist ja mal voll krass. Zeig mal die Stickarbeit. Ja, ich glaube, der wiegt gerade noch 100 Gramm. 100 Gramm? Ja, 120. 120, okay. Voll krass. Das ist ja aber auch schon. 50 Meter weg. Der ist ja nicht M usbester. Sehr gut. Ja. Das ist ja nicht so. Was man? Das ist ja nicht so. Ein kleines Moskito zum Filmen ist mit so anstrengend, ich film auch mal wie du die Epistik bedienest. Musik 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 Der fliegt verdammt leise, wenn du das willst. Musik 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 Oh, was? Musik 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 Und? Das kleine Ding geht richtig richtig gut. Okay. Richtig Spaß. Leider kann man keine HD Kamera drauf bauen. Ich glaube das wird dann, das wäre dann nicht mehr so lustig. Aber, Neu FPV ist das Ding echt. Der Oberhammer. Cool. Sehr cool. Nur mit 2S. Cool. Heel. Vielen Dank.